Einen wunderschönen, da bin ich auch schon wieder Euroni und ich begrüße euch zum neuen angezockt Busway Islands. Wollen wir jetzt anspielen. Wir müssen jetzt nur erst mal die Musik etwas runter regeln. So, ich werde da noch ein bisschen lauter machen. Deutsch. Ne, wir lassen mal Deutsch. Option, dann haben wir nur das Guthaben. Guthaben ist halt, vielen Dank für's Spielen. Okay, Inseln habe ich noch nix. Hab ja noch nicht gespielt, also fangen wir einfach mal an. Das ist ein bisschen sehr... Ja... Kann man starten. Kann man auch drehen? Ne, ranzoomen. Es bleibt so. Also die Steuerung finde ich doof. Also man kann nicht ranzoomen, nix. Mal gucken. Ne, das müssen wir hier hin. Das dann da hin. Das dann da hin. Das dann da hin. Und da. Und da. Und da. Und dann da hin. Drehen. Und drehen. So, die Straßen sind fertig. Dann kann man hier aufdrücken. Auf den Bus. Ne, Dreieck drücken. Also... Ist halt doof, dass du es halt nicht drehen kannst, dieses Tablet. Doch, Viereck, Kamera. Kannst du irgendwie drehen? Wir werden gleich bei der nächsten Ankarte mal testen. Also, Viereck. Ah, jetzt. Jetzt kannst du es sofort zurück machen. So. Okay. Schiene. Brücke. Brauchen wir Brücke. Drehen. Brücke. Da hin. Brücke tauschen. Drehen. Okay. Drehen. Ne, wir wollen Kreis. Dank. Und dann. Das tauschen. Drehen. Das mit dem. Drehen. Das mit dem. Ah. Das mit dem. Drehen. Drehen. Wir brauchen noch einen Kreis. So. Jetzt können wir hier drehen. 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 Drehen ist aber immer noch ein bisschen zu weich mit dem linken analog stick jetzt hier vor zurück wenn man recht entschuldigung mit dem linken markt dieses hier wenn ich jetzt einmal so drücke das drehen hier ist ja hier muss man gar nicht hin wo müssen wir denn hin müssen dahin das damit tauschen und drehen das damit drehen das damit drehen so und das dahin so wir brauchen noch schienen jetzt mal gucken wo wir hier sind das damit drehen damit drehen das damit drehen dann haben wir das schon mal fertig das stücker hier brauchen wir noch einmal schienen das tauschen wir mal damit aus so dann haben wir die schiene eigentlich komplett aber dann passt der zug nicht mehr durch und das 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 hier hin so und dann das drehen das auch drehen dann tauschen das damit aus so dann haben wir den zu das müssen wir jetzt auch nur noch drehen dann sollte das okay sein geschafft so die hand ist ja so das 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 dahin tauschen kreuzung damit tauschen ne warte mal da müssen wir müssen wir müssen wir hier so ne so so das dahin dahin dann brauchen wir noch eine kreuzung ach hier ist er das dahin bin dann an so dass damit drehen damit tauschen drehen damit tauschen drehen damit tauschen nehmen das ist falsch drehen 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 nach oben so es ist falsch wo ist denn da der wurm jetzt drin ach nee so rum jetzt habe ich aber komplett falsch gedacht oh ok das hat bumm gemacht na 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 vor da muss ich erst mal rumfahren Spreger 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 Ja, der fährt da hoch Da braucht er ja eigentlich nicht Wir machen es mal so Dann machen wir Damit tauschen Das muss so bleiben Das muss so bleiben, das geht nicht anders So, und da hinten Damit tauschen Das ist falsch Das ist doof Ne, wir tauschen Damit Das ist aber auch nicht richtig Damit So Das ist auch scheiße Das ist auch scheiße So So, wir müssen mal gucken Wir haben hier oben Also der Zug fährt hier lang Der muss Der muss Da hin So Da hin Ne, das ist ja doof Aber wieso haben wir denn unten noch Schienen Wenn unten gar kein Zug fährt Das ist doch Das ist doch Das ist richtig doof Das ist die Straße Die brauchen wir Hier Da fährt der Zug denn durch Oh, jetzt habe ich aber Jetzt habe ich hier wirklich Jetzt ja irgendwie So Da ist aber ein Zugleist Das ist ja auch doof Solange Dann Also dann 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 da dann dann Wo muss ich denn überhaupt hin? Jetzt nochmal da muss ich hin. Oh, 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 oh. Das muss, ne das muss nicht da hin, das muss da hin. Das, ne das geht ja gar nicht. Ich habe ja nichts, was ich hier hoch machen kann. Der muss halt erstmal. Scheibenkleister. Wir haben hier Schiene, damit und drehen. Genau, so ist richtig. Dann haben wir nur Schiene, damit austauschen, drehen. Dann haben wir, ich brauche jetzt hier eine Schiene, die nach, ne hier ist ja auch eine Straße. Dann muss ich hier auch wieder, ne dann brauchen wir hier das und dann aber umdrehen, dass er runterfährt. Hier haben wir hoch, dann müssen wir aber hier wieder runterfahren. So, umdrehen, dass er hier runterfährt. Dann brauchen wir jetzt hier, achso, ja. Ja, ich komme im Moment. Wir müssen jetzt los. Das ist doch noch ja nicht 20, du hast gesagt, 20 wird so los. Was? Du hast gesagt, es wird 20 los. Nein. Achso. Ja, dann würde ich jetzt hier das angezockt auch abbrechen. Wir müssen die Kleine holen. Der neue Kindergarten ist ein bisschen weiter weg. Ich sehe hier auch, ehrlich gesagt, gerade gar nicht durch, wie ich das jetzt hier hinbauen kann. Aber vielleicht schaffen wir das noch. Vielleicht mache ich ja nochmal ein Video. Ähm. Mit der Steuerung, mit dem Viereck und dem Rumdenken, das ist halt ein bisschen tricky. Da komme ich immer ein bisschen, ja, ja, ja. Da komme ich ein bisschen durcheinander. Aber sonst einfache Steuerung an sich. Jetzt gerade nur ein bisschen komplett überfordert, hier wo was ist und wie jetzt was machen muss. Aber mit ein bisschen nachdenken kriegt man das, denke ich, mal auch hin. Trotzdem bin ich jetzt hier erstmal weg. Wenn es euch gefallen hat, Däumchen wären Träumchen. Wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Bis dahin, Ahoi, sagt euer Odin.